Hallihallo, Hallöchen Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Raymond Origins. Mein Name ist ZDDP und wir sind wieder mit Barbara unterwegs in dem Level Feuerodem. Warum ich im Level beginne? Weil ich gerade offscreen blöd war und ins Level gesprungen bin, natürlich. Hier ist nix. Aber die Kulisse, Leute, sieht das schön aus. Und hier gibt's nur drei, okay. Oh, ich krieg wieder meine magischen Schläge. Bam. Cool. Wow. Kann ich das nicht eigentlich auch? Ja, kann ich. Wurde gerade sagen, wäre doch blöd, wenn nicht. Muss ich jetzt hier echt kämpfen? Gar nicht cool. Nein. Ich will vorgewarnt werden, wenn ich einen Boss habe. Kann ich jetzt nach rechts oder so? Hallo. Ah, nein. Ich bin der Beste, wenn's um Bosskämpfe geht, wie ihr seht. Hier, ich hab's schon tausendmal erwischt. Ich glaub, ich hab ihn jetzt echt einmal erwischt. Was tust du? Muster Erkenntnis ist nicht so meins. Kann ich dir schon mal sagen. Also bitte, sei lieb. Wow. Oh, da kommen wir noch mehr. So oft hast du gar nicht geschossen, du Arsch. Warum tue ich sowas? Lieb. Lieb. Es tut mir leid. Ich werd jetzt einfach hier warten. Du hättest mir aber auch ruhig mal ne größere Plattform geben können. Also hier erinnert mich irgendwie ein bisschen an Asterix mit ihrem Helm. Ihr kennt ja bestimmt nur Asterix von Asterix und Obelix. Wenn ich hier stehe, dürfte mir eigentlich nichts passieren. Gut. Uhu. Okay, außer er, er, macht dann sowas. Dann kann mir doch was passieren, wenn ich doof bin. Aua. Au. Oh, muss ich jetzt wieder die ganze... Boah. Oh, ho, 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 ho. Ja, schöne Grüße an Hannes, der mir gerade bei Facebook geschrieben hat. Und mich fragt, ob ich gerade Rayman Legends alleine spiele. Ja, ich spiel's alleine. Solltest du spätestens jetzt sehen. Wenn du meine Nachricht dann gleich nicht lesen solltest, wenn ich dir antworte. Uhu. Uhu. Moment, das war's? Ein paar Schläge auf den Kopf und schon gibst du auf? Boah, okay. Scheinbar doch nicht. Boah. Nein. Boah. Haha, okay. Alles klar. Äh, was? Ja, Hauptsache ich hab Blooms. Na, und Hauptsache ich spring runter. Nicht nochmal von vorn, oder? Nein. Ich lass das Herz einfach mal Herz sein. Uhu. Okay, jetzt nehm' ich mir das aber doch mal zu Herzen. Boah. Ich hab' ja die Lungs bekommen. Und ihm das Leben abgezogen. Wenn ich mit dem Herz das Level beende, ist es ja nicht besser. weh. Oh, no. Oh, no. Aber wenn ich Glück habe... Nein. Hab' ich aber nicht. Hat doch super geklappt Ja Ah ok Wieso komm ich denn hier hoch Gehst du mal bitte Äh was Gar nicht cool Kumpel So was macht man nicht Wo bin ich Oh da Nein Och nö Gar nicht cool So ich werde auf jeden Fall Ich will auf jeden Fall hier oben sein Wenn er da unten ist Kommt mir nur so bedrohlich nahe So und jetzt Wollte ich das richtig gesehen habe Nach unten Ja Glaub ich Alter Alter Nicht cool Ich werde dir in dein Gesicht schlagen Und weiter Und weiter Und hätte ich jetzt den Typen da unten erwischt hätte ich bestimmt meine 150 Looms gehabt Ich Idiot Und ich wette ich muss 150 haben Haha Betrunken sollte man halt nicht fliegen Dieser schöne Plattenspieler Effekt Wenn man so langsam alles dreht Ich mag sowas Ja wir haben sie besiegt Die Musik wieder einsetzt Schön Ha Dein Drache hat wohl nicht geholfen Was Schon doof wenn man hängen bleibt Oh Hihihihihi Oh Er guckt mal Barbara hat ne Zahnlücke Wie cool Es sieht wunderschön aus Oh ein Schweinchen Es sieht wunderschön aus Das ist cool Was Was Ich verstehe es nicht Aber okay War auf jeden Fall cool Wir haben mal wieder alles Was wir wollten Erreicht Außer Bestimmt Ah ne wir brauchten nur 100 Ja warum machen wir denn so ne Bedenken Mensch war doch alles cool Haben doch alle super überstanden Mensch Man 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 ich mach mir so viele Sorgen Castle Rock Bravo du hast die Welt Olympus Maximus freigeschaltet Die kleinen Linien dort brauchen deine Hilfe Nein danke Lecrunch R.E.D. Du hast jetzt die dritte Genialitätsstufe erreicht Feiere das mit 3000 Lums Yeeey So Neuer Held freigeschaltet Roter Glowbox Was haben wir hier noch Neue Tür Rette Elise Äh Estilia Neuer Held freigeschaltet Kleinling Rayman Das klingt cool Neue Herausforderungsgemälde Freigeschaltet Wöchentliche Herausforderung Rette Aurora Okay Ich will jetzt aber mal gerne den Kleinling Rayman sehen Oh Gott Er ist Hässlich Er sieht einfach nur hässlich aus Roter Glowbox Sieht total cool aus Ich bin gespannt was wir hier noch so kriegen werden alles Aber bestimmt einfach nur immer andere Designs Wir gucken mal vielleicht kriegen wir jetzt durch unsere Rubbellose wieder ein bisschen was an Lums Das habe ich schon gehört Back to Origins Gemälde Äh sind so gesehen ein paar Level Was Neues zurück zu den ursprünglichen Ursprünglichen Gemälde freigeschaltet Jaja Ähm Diese Back to Origins Das sind einfach nur äh Level aus Rammel Origins Und da ich das ja sowieso noch let's playen will Äh werde ich das hier nicht spielen Ja Kann ich euch schon mal sagen Neues Kuscheltier freigeschaltet Klicks los Klicks los Ich will ein paar Lums Oh hat er auch mit Kuscheltieren Auch Lums Jarek Hi Jarek Lums Yeah Wir brauchen viele viele So wir können ja mal was Nein So wir können ja mal wieder zu unserer Kuscheltier farm Immerhin halten die Mein Kuscheltier Warm Wow Cool 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 Oh zack Yeah So haben wir hier nicht noch was Ja hier sind die Ursprungsgemälde Neue Tür Wöchentliche heraus Was sind diese wöchentlichen Herausforderungen Okay Ne dann ist es doof Rette Aurora Wollen wir Aurora wirklich retten Das ist hier die Frage Weil es sieht mir so aus als wäre das schon die nächste Welt Ja das ist nämlich schon die nächste Welt Und das ist nicht schön Äh Hauptgalerie Genau die Toad Story Ja die Back to Origins Level Wir haben schon fast alle Welten freigeschaltet Sehe ich das gerade richtig? Viele waren das doch nicht mehr Ja Wir haben fast alle Level freigeschaltet Wir sind immer noch nicht im ersten Level fertig Mensch das kann ein schönes Let's Play werden Und hier fehlt uns irgendwo noch ein Lumen Der Genau Hier war Hm Schade So wir machen jetzt aber auf jeden Fall noch Castle Rock Weil das sieht wieder an einem kurzen Level aus Wenn ich das sehe Drei Kleinlinge Okay 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 Bitte was? Bitte was? Oh wie cool Oh wie cool Wie cool ist das denn bitte? Oh Leute Das ist ja mal richtig richtig gut Oh Schade Entschuldigung Das ist ja mal cool Das ist ja mal cool Wie cool Oh Das ist toll Das ist toll Das hat mir bisher echt schon Spaß gemacht Ja Oh nö Weil der Drache ist böse Man muss echt einfach nur laufen und ab und zu mal schlagen und springen Ja Na gut Das ist Raymond Gut Habe ich jetzt auch nicht Raymond Mal erklärt Was war jetzt los? Was war jetzt los? Ah das macht echt Spaß Das zeigt doch mal Ubisoft Äh Ubisoft ja Ähm Dass die da Echt Klasse Spiele machen können Das ist cool Und Barbara rockt richtig ab mit ihrer Axt Hammerschön Das hat doch jetzt nochmal Spaß gemacht Schön zum äh Folgen Ende Noch ein wunderschönes Level Das war toll Großes Lob Daumen nach oben für das schöne Level Ja Kann man auf jeden Fall so stehen lassen Unglaublich Du hast diese Welt von Albträumen befreit Du hast diese 5 Glückslose wirklich verdient Oh noch mehr Glückslose Okay gut Wir machen noch auf jeden Fall die Glückslose auf Ja Ah Kuscheltiere Oh wir haben Looms Yay Oh ein Kleinling Ich dachte wir kriegen jetzt gleich 3 Schade Looms vor allem Hier könnten wir rumskingen Aber nein wir kriegen nur ein weiteres Back to Origins Zurück zu den uns Beste Filmmusik Ich erinnere mich an das Level gerade Das ist schön Ah klasse Aber mir stört es ein bisschen Dass wir immer wieder Hier so rumfuchteln müssen Ah Einen schönen Tausender Klasse Damit sollten wir gleich Kleinbox Ja Ich wollte gerade sagen Damit sollten wir eigentlich jetzt einen neuen Held freischalten Ah Diese Back to Origins Dinger bringen mir nix leider Moment ich glaube ich muss hier wirklich nur A drücken Nur ich habe immer Angst dass ich dann zu den Ursprungsgebiete komme Na komm das sollte ja jetzt eigentlich schon klar sein dass es ist Oder nicht Smurf Wir gehen zu Smurf Hey Smurf Was bringst du mir Du gibst mir zwei Lumps das ist lieb So wo haben wir denn eigentlich hier äh Genau hier können wir doch bestimmt unsere Helden auch auswählen oder? Sehe ich richtig gut Oh da hinten kriegen wir den Raymond mit blauen Haaren Okay jetzt verstehe ich das sieht echt lustig aus Aber wir werden auf jeden Fall Sir Raylott nehmen Für die nächste Folge dann Gut Leute würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn es heißt Let's Play Raymond Origins Mein Name ist DDP Ich sag Dankeschön fürs Zusehen Bis dann Leute Tschüss 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 Tschüss